So, da ist der Fährhafen. Hier kann man rüberfahren nach Formentera und da könnte man auch mit dem Auto rüberfahren. Und da sieht man schon die Altstadt, leider etwas verschandelt durch einen Tarn. Und da könnte man jetzt die Tickets kaufen, aber man muss erst online sein Auto anmelden, um dann da das Ticket kaufen zu können. Das kann man online nicht. Das ist mir zu viel nervig. Das schenke ich mir. Ich freue mich auf Ibiza und Formentera wird gestrichen.